Na, darauf an zu spät. Hallo, wer ist das? Hallo, der Direktor hier. Ach, der Direktor? Ja, der Schule, an der Sie sich beworben haben. Ganz genau. Ja, heute ist Ihr Glückstag. Sie haben die Stelle. Unter einer Bedingung, und zwar, Sie wissen, es ist eine sehr anstrengende Klasse. Sehr anstrengend. Bis jetzt hat noch keiner, noch gar keiner, diese Bieste unter Kontrolle bekommen. Machen Sie sich gar keine Sorgen, wirklich. Ich werde auf jeden Fall die Kinder, egal was für Bieste das sind, da unter Kontrolle kriegen, wirklich. Also machen Sie sich gar keine Sorgen. Alles klar. Bitte, 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 bitte. Bringen Sie viel Energie, bitte. Sehr viel Energie. Sie können sich auf mich verlassen, wirklich. Sie können sich auf mich verlassen. Wir sehen uns dann morgen gegen 37. Alles klar. Bis morgen. Ciao. Ja, Mann. Boah, diese Kinder, die wissen nicht. Die wissen nicht. Ich werde auf jeden Fall alle Kinder treten, kaputt machen, die meinen Job kaputt machen wollen. Zehn Monate lang arbeitslos. Ja, Mann. Nein, 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 nein. Hey, sag mal leise. Liebe Schüler, in 15 Minuten, wenn der Lehrer nicht da ist, kann ich hier gehen. Okay, ich mach drei mal auf 10 Minuten, wenn ich komm da noch um die ab, okay? Aber hey, was ist, wenn wir einen Lehrer bekommen? Der wird keine 5 Minuten aushalten, dann geht er wieder. Der wird das nicht so nicht aushalten. Egal, wir nehmen ihn wieder ganz auseinander. Ganz einfach. Jungs, wir gehen KFC, wenn er kommt. Ja, Mann, ich hab voll runtergekommen. Er kommt in Schick? Ja, er kommt eh nicht. Okay, Leute, noch eine Minute. Ja, wir gehen, Alter. Ja, wir gehen, Alter. Ja, wir gehen, Alter. Ja, wir gehen, Alter. Ja, wir gehen. Ja, wir gehen, Alter. Ja, wir gehen, Alter. Ja, wir gehen, Alter. Ja, wir gehen, Alter. Wird es euch hier sofort? Ja, Mann. Das ist mein Vater. Alles ist eigentliche. Setz euch hier. Alles ist eigentliche. Wird es nicht immer. Ey. Mach's recht. Sport. Immer das Schult. Mein Gott ist alles. Guck mal jetzt, was wir mit mir machen. Wo bist du? Ich bin durchgelieftig. Ich bin in der Nähe LR. Ja, mein Koko. Ich bin durchgelieft. Ja, mein Koko. Mopopo. Mopopo. Für dich direkt eine 6. Der Nächste, der redet, bekommt eine 6. Mopopo. Mopopo, geh raus. Mopopo. Mopopo, geh raus. Mopopo. Wirst du wissen? Aus welchem Grund? Wie heißt du? Mohamed. Mohamed? Ja. Ich schreib auf. 6. Aus welchem Grund? Ja, rede weiter. Und gleich kriegst du raus. Gleich kriegst du raus. Noch ein Wort du kriegst auf. Ey, Mann kann ich doch gar nicht ernst nehmen. Noch ein Wort du kriegst raus. Mann kann ich gar nicht ernst nehmen. Raus geht ihr. Nein, was soll ich machen? Ich geh nicht mehr. Geh nicht mehr. Geh nicht mehr. Du lass mich nicht in meine Füße raus. Der Nächste noch einmal redet, fliegt genau so raus, das heißt Schulverweis. Sorry, Herr Mumpopo. Können Sie mir jetzt eine 3 geben, bitte? So, man hat mir gesagt, ihr seid eine sehr schwierige Klasse und ich bin bestens vorbereitet. Also egal, was Schwachsinn sonst macht, bei mir wird das nicht klappen. Jeder von euch, ich kenne euch alle, ich kenne euren Namen, eure Geschichten, eure Straßen, alles. Ich kenne alle eure Väter, alle. Jeder, der diese Klasse noch einmal stört, der wird spüren, nicht nur von mir, sondern von mir in Kombination mit euer Vater und dem Direktor. Bester Mann, Bester Mann, Herr Mumpopo. Seid mal alle leise. Okay, Anwesenheitsliste. Mismile. 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 Wollt ihr mich verarschen oder was? Hier steht Mismile, also gibt es bestimmt ein Mismile. Wo ist Mismile? Er meinte etwa mich? Er weiß ich nicht, du heißt doch Ismail und nicht Mismile. Ja, ich weiß. Ohne Sinne, das ist ein Lehrer, der kann nicht mal richtig Namen ausprüfen. Wo ist das? Was nimmst du? Ich bitte wieder rein. Ich bin nämlich auch. Ausnahmsweise, wenn du für uns alle hier Kuchen wächst. Nächste Stunde. Ja, dann kannst du sitzen. Habt ein Problem. Sätt dich hin. Sätt dich hin. Wo wollen wir nochmal? Mismile. 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 Mein Bett war mich. Also du heißt Mismile und du hast mich die ganze Zeit warten lassen. Ich hab hier drei, viermal gerufen. Jeder hat's genau gehört. Und du sitzt genau vor mir und du antwortest nicht. Aber ich heiße Ismail nicht Mismile. Okay. Noch ein Wort von Ziem, dann mach ich dich fertig. Sag mal ruhig jetzt. Wenn ich deinen Namen rufe, sag einfach Ja, ich bin da. Mehr nicht. So, nächster Name. Jose. Ich Jose anwesend? Oder nicht? Nein. Jose. Was ist das? Also wollte ich mir sagen, keiner hier heißt Jose. Wir haben keine Jose in unserer Klasse, Mann. Okay, wir haben Jose in der 6, ja? Ich anwesend. Vielleicht meint er ja dich. Ja, kann sein. Ich heiße Hose. Nicht Jose. Willst du mich verarschen oder was? Du hörst zu und du antwortest nicht. Das nächste Mal bekommst du eine 6. Im Ernst? Achso, nächster Name. Wenn doch einer von euch Schwarzen macht, er bekommt eine 6. Meine Güte. So, Armin. Hey. Hey, hey. Bleib stehen. Bleiben alle stehen. Genauso. Komm mal nach vorne. Support. Dann bist du ja heil. Ich bin der neue Lehrer. Normalerweise bekommt ihr alle mit 6. Normalerweise. Aber ausnahmsweise lasse ich euch einfach nochmal sitzen. Aber das nächste Mal schiebe ich euch alle auf den Direktor. Armin. Willst du Armin? Ja. Komm mal hier nach vorne. Du siehst hier. Sättchen. Sättchen. Armin. 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 Kannst du den Ernst in den Ei hängen? Und du? Und dein Mütze. Wallah. Was hast du gesagt? Du bekommst eine Setz und noch eine Rolle. Du fliehst raus. Nichts. War neise. Danke. Ich hab gesagt ja. So. Ich fang einen Test. Wollah, was ist denn ein Test, Mann? Wir haben doch schon einen Test. Wir haben doch schon einen Test. Wir haben doch schon einen Test. Wir haben doch einen Test. Wir haben doch einen Test. Das beginnt ab jetzt. Ich hab keinen Stift, Mann. Das Ende. Ja. 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 Ich hab keinen Stift. Ich hab keinen Stift. Das ist das Buch, oder? Nein, was ist das? Nein, das ist das Buch. Das müsst ihr doch haben. Nein. Das haben wir nicht bekommen. Ich hab das nicht bekommen. Ihr kennt sowas. Ich werde jetzt einen aussuchen. Und er soll bitte die Seite 12 lesen. So. Wer von euch wird lesen? Du! Ey, du am Handy! Was lesen? Warum? Warum? Ich kann nicht. Ich will. Ich kann aber nicht lesen. Sag mal ruhig. Sag mal ruhig. Sag mal ruhig. Sag mal ruhig jetzt. Er wird das lesen. Okay, okay. Lies mal. Sofort. Ich hör dazu. Ich hör dazu. No, lasse nicht. Ich denke viel zu einem Weg. Sie kann gar nicht viel zu sein. Ich sehe dir. die Masse entzienza mit dir? Der Schirm ist eingeschaltet. Und alles soweit. Ich war noch nicht fertig. Und seid ihr am Schlafen? Was ist los? Was ist los? So, mal ruhig da hinten. Hey, stopp, stopp, stopp. Wo wollt ihr hin? Willst du ihn bleiben? Ich weiß nicht, ob du knickst oder nicht. Der Lehrer beinhaltet den Unterricht, nicht ihr. So, erstmal Hausaufgaben. Bleib mal ruhig jetzt. Dieses Buch von Seite 5 bis Ende lesen. Von Seite 5 bis Ende lesen. Hausaufgaben für Montag. Hey, was sollen wir das lesen? Ja, das ist mein Buch. So, genau so gehen. Stopp und Hitschub mit der Kick. Mein Gott. Das war's für den Video. Und erstmal Dankeschön an alle meine Freunde, die hier sind. Dankeschön machen. Und Leute, es kommen für euch noch mehr Videos. Und wenn ihr solche Spiele feiert, einfach kommentieren. Sagt es mir in die Kommentare. Und bis nächstes Mal bitte liken, abonnieren und bis. Ciao. Ciao. Ciao.